Wie allgemein bekannt spiele ich ja meine Playstation 2 Wrestling Games vorzüglich auf dem PCSX2 Emulator für den PC und in diesem Video möchte ich euch einfach mal meine Einstellungen zeigen, die generell sehr gut sind, um diese Spiele auch auf einem relativ guten Rechner spielen zu können und das auch flüssig mit 50 FPS fast jedem Smackdown Titel. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich mache das einfach, weil ich des Öfteren gefragt werde, wie sind meine Einstellungen, wie spiele ich Spiele auf dem Emulator und da geht es eigentlich einfach darum, man braucht möglichst eine gute CPU. Die Grafikkarte ist gar nicht so entscheidend, Hauptsache man hat eine gute CPU und die Einstellungen sind auch entscheidend. Ich habe jetzt schon mal Playstation, Quatsch, PCSX2 1.1.0 geöffnet. Ich benutze die Revision, ach, könnt ihr hier sehen, die hier, Revision 5406, ihr könnt auch neuere nehmen, sollte genauso alles funktionieren. Alles klar, fangen wir an. Ich zeige euch einfach, wie das funktioniert, was ich eingestellt habe und ich sage euch ein bisschen, was wichtig ist. Fangen wir an bei System. Ich habe Backup vor dem Speichern aktiviert, das ist für die Safe States, weil ich die ab und zu benutze. Automatische Spielefixes sind auch immer gut. Ich lasse auch mal hier die Konsole nebenbei offen. Falls euch die nicht angezeigt wird, könnt ihr einfach hier auf Öffne Konsole klicken und dann halt nochmal so, ja. Ja, ich habe das aktiviert, automatische Spielefixes, weil manchmal funktionieren Spiele nur damit. Dann die Cheats habe ich natürlich immer aktiviert, falls ich mal irgendwelche Hacks benutze oder was nicht alles. Und das Host-Datei-System benutze ich auch, damit ich die Cheats im direkten Dateiverzeichnis von dem Programm nutzen kann und nicht irgendwie im Dokument-Folder das alles reinpacken muss. Das ist nützlich, wenn man das Programm als Portable-Version benutzt. Bei CD oder CDVD habe ich, ja, da kann man halt die ISO wählen. Wie ihr die ISOs bekommt, ist ein anderes Thema. Dort könnt ihr das Land der Fantasie besuchen, a.k.a. Internet und dort euch mal ein bisschen umgucken oder ihr habt die Originalspiele und rappt die mit so einem Programm wie zum Beispiel ImageBurn. Funktioniert alles sehr gut. Und ich habe hier natürlich ISO ausgesucht. Ihr könnt natürlich auch direkt von der DIST booten. Da müsst ihr hier Plugin auswählen und dann, ja, zum Plugin kommen wir gleich. Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Sachen und zwar zu den Konfigurationen. Nun, ich fange mal an bei Emulationseinstellungen. Hier könnt ihr sehen, das sind eigentlich alles so die Standardeinstellungen. Das hat alles, was mit der PlayStation 2 Emulation zu tun, also wie die Konsole von der Hardware emuliert wird, soweit ich weiß. Könnt ihr euch einfach alles abkonfigurieren, aber soweit ich weiß, ist das alles die Standardkonfiguration. Das müsste auch alles standardmäßig sein. Hier wird es schon etwas interessanter. Ich habe hier nämlich auf 16 zu 9 eingestellt. Die meisten PlayStation 2 Spiele sind aber noch in 4 zu 3. Und wenn euch, falls ihr die nicht gestretched haben wollt, stellt ihr doch bitte 4 zu 3 ein. Die Fenstergröße ist eigentlich total egal, weil ich eh immer auf Vollbild spiele. Also das heißt, ich maximiere nicht auf Vollbild nicht, aber ich maximiere das Spiel halt immer. Falls ihr aber einen Whitescreen Hack installiert habt, ich habe dazu auch mal ein englisches Tutorial hochgeladen mit deutschen Untertiteln, wie ihr bei jedem Smackdown-Game einen Whitescreen Hack installieren könnt. Dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken und auch hier auf 16 zu 9, könnt ihr hier mal auf 16 zu 9 stellen. Ansonsten könnt ihr das so machen, wie ihr wollt. Speedhacks sind ziemlich wichtig. Ich habe diese aktiviert, ist aber nur minimal was eingestellt. Hier habe ich das Ganze auf deaktiviert, kein Cycle-Steal. Die beiden Sachen habe ich aktiviert und diese beiden Sachen. Das hat zur Folge, dass ich zum Beispiel in Smackdown vs. Raw 2005 in Multiman-Matches, zum Beispiel Six-Man-Matches, früher hatte ich da irgendwie ohne die Speedhacks irgendwie 33 FPS und jetzt habe ich ungefähr 45 FPS, was schon ziemlich gut ist. Tja, ansonsten Spielefixes habe ich alle deaktiviert, weil das manuelle sind. Sind auch nicht empfohlen. Gut, kommen wir weiter zu den Memory Cards. Dort habe ich eine 32 MB Memory Card installiert und könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. 8 MB sind Standard und sollte genauso gut funktionieren, aber ich habe jetzt schon mehrere Spiele gespielt und ab und zu oder irgendwann braucht man auch mal eine größere Karte. Auch wenn sie nur virtuell ist, ne? Gut, das Wichtigste oder wirklich das absolut Wichtigste ist bei den Plugins und bevor ich zu den Plugins komme, geht euch sicher, dass ihr hier Ordner eingestellt habt oder dass ihr auch wisst, wo die Ordner sind. Das ist für SafeStates, das ist für Screenshots. Die Screenshots-Funktion vom Grafik-Plugins ist, naja, nicht so ausgereift, da ist manchmal das Seitenverhältnis nicht so gut und der Ordner für die Logs ist auch entscheidend, falls ihr mal euch im offiziellen Forum vom PCSX2 erkundigen wollt, warum irgendwie der Emulator abstürzt oder was auch immer. Hier die BIOS, die sind auch standardmäßig nicht dabei, die müsstet ihr euch selber rippen, zum Beispiel, das ist wirklich mein eigener RIP von der PlayStation 2. Ihr könnt euch die natürlich auch aus dem Land der Fantasie holen, aber dazu gebe ich keine weiteren Angaben. Einfach mal googeln und ihr findet dort etwas. Wenn ihr euer BIOS selber rippen wollt, dann braucht ihr eine gemodellte PlayStation 2. Nur zur Info. Gut, kommen wir jetzt zu den Plugins. Ich habe die folgenden Plugins eingestellt. Die wichtigsten werde ich euch jetzt kurz erläutern. Das ist das Grafik-Plugin. Ich benutze hier diese Version, die auch zu der Revision mitgeliefert worden ist. Wenn ich mal auf Konfiguration gehe, dann seht ihr, was ich hier eingestellt habe. Ich habe hier auf Default Hardware-Device. Ob DirectX 11 oder 9, ist bei den Smackdown-Spielen so ziemlich egal. Bei manchen Spielen habe ich aber Speed-Ups, wenn ich hier die 11-Version einstelle. Mir fällt gerade keins ein. Doch, Backyard Wrestling 2 und 1, da habe ich ein Speed-Up, wenn ich das einstelle auf 11. Ja, hier ist die Auflösung. Ihr könnt natürlich auf Native stellen. Das ist aber eine Standard-Playstation-2-Auflösung, die ziemlich gering ist. Ich glaube irgendwie so, die ist meist zwischen 500 und 600 Pixel hoch. Und da würde ich natürlich immer, also ihr könnt natürlich eine eigene nehmen. Manche Spiele unterstützen auch nicht wirklich Upscaling. Dann habt ihr so vertikale Streifen, das ist zum Beispiel Wrestle Kingdom so. Da gibt es ganz spezielle Auflösungen, die ihr nehmen müsst, damit das Ganze gut aussehen. Ich spiele aber standardmäßig mit der dreifachen nativen Auflösung. Sieht auch ganz gut aus, könnt ihr euch ja dann ausrechnen. Die native Auflösung von einem Spiel könnt ihr immer sehen, wenn ihr ein Spiel gestartet habt. Und da steht es oben links im Fenster, wie die native Auflösung ist. Gut. Und ansonsten Texture-Filtering habe ich hier dieses Kästchen ausfüllen lassen. Und Allow 8-Bit-Textures habe ich auch. Bei DirectX 9 würde das Ganze genauso aussehen. Nicht Software, ihr müsst natürlich sicher gehen, dass ihr auf Hardware gestellt habt. Weil sonst bekommt ihr keine vollen 50 FPS. Dann habe ich diese beiden hier auch noch aktiviert. Und... Ja, stimmt. Bei irgendeinem Spiel... Ach, stimmt. Das war aber kein Wrestling-Spiel. Bei Need for Speed 2, da musste man... Ähm... Hier Skipp Draw 1 einstellen, damit das lustig läuft. Aber das ist jetzt nicht Teil der... Wrestling... Äh... Des Wrestling-Bereiches. Ach, egal. Gut, das war's. Ähm... Dann kommen wir zu den Pad-Einstellungen. Das müsst ihr natürlich ganz alleine treffen. Ich habe hier das Plugin Lily-Pad. Und... Ich habe hier das eigentlich alles auf Standard gelassen. Und habe hier einfach meinen Original-Playstation 2-Controller mit einem USB-Adapter versehen. Und der kostet bei Amazon irgendwie 5 Euro. Dann könnt ihr zwei Pads anschließen. Unterstützt leider keine Rumble-Funktion. Brauche ich aber nicht, weil mich die eh stört. Ja, dann klickt ihr einfach immer auf den Button hier und drückt direkt danach auf den jeweiligen Button auf dem Gamepad. So macht ihr es mit allem. Und dann könnt ihr einfach auf OK gehen und dann seid ihr fertig mit den Gamepad-Einstellungen. Ich glaube, es werden auch Multi-Tabs unterstützt. Das heißt, bis zu sechs Controllern. SPU 2 ist für Audio verantwortlich. Ähm, dort könnt ihr auch die, ähm, Standard-Einstellungen lassen. Habe ich, glaube ich, auch. Das müsste alles so stimmen. Ähm... Ja, hier könnt ihr vielleicht noch die Latency einstellen. Das ist die Verzögerung. Ähm, nur, also hier 150 Millisekunden merkt man so gut wie gar nicht im Spiel. Ich merke das manchmal, wenn ich mir die Aufnahme angucke, dass der Sound ein bisschen versetzt ist. Stört aber so gut wie gar nicht. Ja. Aber umso niedriger die Latency ist, desto höher, oder desto mehr Rechenpower, Rechenpower wird genutzt. Alles klar. Gut, als nächstes wäre das DVD-Plugin. Das braucht ihr im Prinzip nur, wenn ihr mit, ähm, entweder mit einem virtuellen Laufwerk spielen wollt. Macht aber keinen Sinn, weil ihr die ISO selber laden könnt. Oder, ähm, halt von der CD oder DVD selber. Würde ich aber nicht empfehlen, weil das meistens langsamer ist und die Ladezeiten somit länger sind, wenn ihr, ja, von der DVD selber spielt. USB-Plugin ist ein USB-0-Plugin installiert. Das, ja, das bedeutet, dass es einfach gar nichts tut. Und es einfach bloß da ist, als Platzhalter. Ähm, der Firewire-Anschluss genauso. Da gibt es auch nichts zu konfigurieren. Bei DIV, DIV-9, das ist für, ähm, für Netzwerkanschluss. Und was nicht alles, es gibt sogar ein Netzwerk-Plugin. Funktioniert aber nur so halb und die meisten Server sind eh down. Und man kommt meistens nicht über den DNS, äh, über die DNS-Abfrage hinaus, ne, die DNA-AS-Abfrage hinaus. Und deswegen braucht ihr euch da erst keine Mühe machen. Kauft euch da lieber eine Original-Playstation und dann einen Adapter, auch wenn es die nur noch gebraucht gibt, soweit ich weiß, oder ganz teuer neu. So, das waren die Einstellungen dazu. Ich glaube, das war's jetzt. Ansonsten, hier kann man halt noch Multitab-Einstellungen ausführen oder man kann die aktivieren, meine ich. Und ansonsten war's das eigentlich. Man kann natürlich auch noch die Sprache ändern, aber ich, also mir ist es egal, ob ich aufs Deutsch oder auf Englisch das Programm nutze. Gut, das waren meine Standard-Einstellungen, die ich für so ziemlich alle Wrestling-Games nutze. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Isos braucht, einfach mal im Land der Fantasie googeln, zum Beispiel. Einfach mal ein Tipp. Ihr gebt das Spiel ein, den Namen vom Spiel. Ich sag einfach mal Smackdown. Hier kommt's der Pain, danach haut ihr zum Beispiel PS2 und Isos danach hinter und dann macht ihr Minus-Torrent, außer ihr wollt bei Torrent laden oder über Torrent über ein Torrent-Programm. Ja, dann solltet ihr schon fündig werden. Das Land der Fantasie ist ziemlich groß. Gut, dieses Video war natürlich jetzt nur interessant für alle Leute, die auch auf dem Emulator spielen wollen. Haben mich ja, wie gesagt, schon einige danach gefragt und das war jetzt mein Video dazu. Gut, ich würde euch empfehlen, eine der neueren Versionen zu nutzen, zum Beispiel 0.9.8. Hatte ich früher benutzt. Die Revision gibt's sogar auf meiner Homepage noch zum Download. Da sollte eigentlich auch noch alles mitlaufen, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, über die neueren Versionen zu funktionieren. Bei einigen Spielen kann das auch die Kompatibilität erhöhen. Gut, bis dahin. Bleibt zu der Seite. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese natürlich auch in die Kommentare schreiben und posten. Und das war's doch wirklich. Ansonsten bleibt zu der Seite. Euer Franz, euer Franz Zockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.